Also nun hört sich ja vielfach den Wunsch, der Dad, gebucht er den Schieden, der Erzherzog Johann Jodler. Ich muss mir die dunkle Brillen holen, wenn der Studiebeleuchtung meine empfindlichen Augen geht. Dann hört sich den Erzherzog Johann Jodler. Erzherzog Johann, Erzherzog Johann, mein schöner Mann, er redet mit dem Pferd, Erzherzog Johann Jodler. Erzherzog Johann Jodler. Erzherzog Johann Jodler. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020